iuuuuujuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Und da ist mein Jaaaaa tatsächlich Aua, das hat sogar im Halsweh Und damit ein herzlicher Willkommen zuryck beim Letplay von und mit dabei ist wie immer Dauce Chat... ich genau! Ja, ehh, mal an eine andere Art einzusteigen, war grad nicht drauf vorbereitet Er ist immer noch krank, diesem続gemerkt. Weil das ist die Aufnahmesession… Ich glaube, ich gehe gerade einen falschen Weg nach oben, weil für mich sieht das hier aus wie... Ich bin auch irgendwie arschweit weg. Wo bin ich? Ist das hier ein Tun zum Erklimmen? Sieht so aus, ja. Hatten wir nicht... Ah, da unten. Sammelobjektfinder hatten wir ja letztes Mal freigeschaltet. Das ist vollkommen korrekt und deshalb, äh... Oh, das war knapp. Hier steht erstmal ein Kampfhelikopter auf dem Dach. Nein, wie geil. Ist doch nur ein Kampfhelikopter. Du bist ein Superheld. Was willst du mit einem Kampfhelikopter? Jetzt mal ganz ehrlich. Kampfhelikopter fliegen. Du bist ein Superheld. Du machst mit einem Schlag diesen Kampfhelikopter zunichte. Ist mir scheißegal, ich will Kampfhelikopter fliegen. Oh, hier ist eine Tür. Kann man hier rein? Bin ich gerade auf Menschen gelandet? Wie geil, hier kann man tatsächlich rein? Wo bin ich? Na gut, hier drin ist aber irgendwie nix. Schade eigentlich. Trotzdem wundere ich mich, seit wann dieses Ding da ist, weil... Das war doch vorher nicht da, oder? Was? Einer von Sid's Rift ist aktiv in der Region. Geh durch, damit ich den destabilisenden Effekt kreate. Aha! Ähm... Ich meinte hier, dieses riesige Turm-Turm-Ding, was hier ist. Weil für mich würde das eher ein Nein bedeuten, weil ich habe das vorher noch nicht hier gesehen. Noch kein einziges Mal. Was ist denn das? Ach, dort! Ja, okay, das haben wir noch nicht gemacht. Oh yeah! Ich bin gerade auf einem Turm. Ja... Ach, höher kommt man nicht. Ach, das ist da... Ah! Eine Verbindung zum Hauptkern. Gut zu wissen. Das war Apache. Du hörst auf K2 Radio. Was? Momentschen... Da... Eins... Zwo... Drei... Das ist ja widerlich. ich wollte ja nichts sagen aber die staatung an 30 soll also das einzige was hier eigentlich wirklich gecattet wird leute bevor ihr fragt was wird denn eigentlich hier so alles gecattet das ist nicht viel das sind eigentlich nur die sachen wo wir hier die verschiedensten ja diese sammlerobjekte hier halt einsammeln das wird eigentlich nur größtenteils weggecattet ansonsten seht ihr alles was zur hölle ist das so ein symbol hier ist eine riesige fresse von sinjag ach so statuen statuen komm her irgendwo muss ja auch so ein blöder computer gewesen sein aber ich habe nicht gefunden weg was darfst du nicht aushalten nach wo man sagt mit welchen wo bist du scheiß ich habe gehört du machst deine aufgabe das war das denn blut geiler das sind wieder ja das ist natürlich cool I did not expect that much skill Aua Was? Du bist auf meinen Kopf gelandet Und dadurch irgendwie benommen geworden Und hingefallen und keine Ahnung Wow, zu weit, zu hoch Da hinten ist irgendwo noch eine rote Verbindung Oh scheiße Hä? Okay, das ist cool Ganz ehrlich, ich mag dieses Das wurde ja davor nicht angezeigt Alter Schwede Ja Das ist ein Lied, den ich mag Äh, wohin, ab da Fuck Nein Nein Ja Alter, wie schnell muss man denn da sein? Auch schnell Jetzt aber richtig Ja, Mann Guck mal, da hinten ist noch eine Schleife Vielleicht müssen wir da mal hinten Lauf du schon mal weiter Nee, stimmt gar nicht Ich muss ja auch noch Treffer machen Nein, ich bin gefallen Okay Ich gebe gerade mein Bestes Gumbatter Okay, das war dann neben Woa Oh, der Dabster ist Okay Jetzt kommt wieder meine Haststelle Wenn man so spät sieht Ja, 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 ja Oh, wieso bin ich gespundet? So Genau jetzt hier So Muss man aber auch schnell sein Oh, wie geil Das ist cool Also wir haben Gold Wir haben Gold Und ich bin noch nicht mal am Ende Ja, Ende Ah, naja Nicht mit Volltreffer-Bonus, aber Na ja Man richtet so viel Chaos an Wenn man nur vorbei rennen kann Wahaha Koop-Aktivität? Ich dachte, wir sollen zurück zur Basis Hä? Ich habe eine andere Mission als du Loll, ich habe genau gleich angeklickt wie du Die wird sogar angezeigt Das ist so viel Spaß Wer ist doch ja nur Scheiß Zaun Scheiß auf den Zaun Siehst du, was mit dem Zaun passiert? Wuhu Woa, what the fuck Woa, das war knapp Das muss ich gleich nochmal in Zeitlupe sehen Also zeigen Du hast mich ja überwollt Ja, ich weiß Nix Da sind sogar Keine nach oben gezeigt Wie geil ist das Ding gemacht Das sind auch Super-Schubdinger Ach Ne, jetzt habe ich gerade keine Jetzt habe ich eine Jetzt sollen wir Matt treffen Drop the base Was haben wir denn hier? Etwas, was wir nicht kaputt machen können Ach, das haben wir schon kaputt gemacht Du gehst einfach schneller auf den Boden Muss an der Aerodynamik liegen Weil man weiß ja Unterschiedlich schwere Dinge Fallen trotzdem gleich schnell Meine Titten sind einfach aerodynamischer Deshalb fahre ich schneller nach oben Was ist jetzt? Oh Metzeln? Ja, und ich habe keine Muni mehr für irgendwas Dann nehmen eine Waffe von denen Jetzt reicht es mir Äh, Moment Was zur Hölle? Ich brauche noch schnellere Reloadspeed auf das Ding Keine Gnade Den Zinn Du hast die Kugel weggekickt Man kann die Kugel wegkicken What the fuck? Wie cool ist das denn? So nicht Ist es ja saudumm Wenn man diese Kugel zerstört, ne? Geht, ne? Kommt immer wieder Wo? Wo? Loll Wie weit die einfach geflogen sind, alter Ah ja, schluss mit ner Schrofflinkel Kommt auch gut Also bei mir kommt irgendwie keiner Ach du scheiße Autsch Ja, kaputt Boah, ist die Boah, ist das mächtig Alter, Schwede Au Eigentlich so eine Pfeife meint auf mich schießen zu wollen Ey, geschafft Was? Hier gibt es drei Stück Yo Ich würde gerne die Unterschiede zwischen den Sicherheitsprogrammen in den Storken sehen Wie geht es um eine Gäste zu hacken? Hm, was haben wir denn hier? Alter, ich weiß schon wieder Flieg! Wo ist der Goldene Sitz? Weißt du was? Ich hasse es, wenn ich an meinem Computer sitze Und von irgendwen angeschossen werde Ja, hasse ich auch, weil Das nervt einfach, ne? Weißt du, du spielst gerade Oder Let's Plays gerade Und dann auf einmal Da denkst du auch nur Ey, Alter, geht's nicht anders Wieso bist du nur jetzt gestorben? Äh Weil ich nicht gedacht hätte, dass solch eine Armee da ist Um mich anzugreifen Und trotzdem kann ich hacken, obwohl ich am Boden liege Auch geil Ja Bin fertig übrigens Schön Jep Dafür gehörst du jetzt erstmal Ein Home Run Werben Home Run! Aha! Home Run! Alter, wenn du mich jetzt umbrichst, dann bring ich dich um Äh Hahahaha Aber irgendwie hättest du's verdrückt Dann willst du mir also Im wahrsten Sinne des Wortes am Arsch lecken, wa? Was ist? Dann willst du also im wahrsten Sinne des Wortes mir am Arsch lecken Nee, ich will da so ein Ding reinstecken Ja, das ist Und sich damit durch die Gegend schießen Das leckt doch am Arsch Das leckt doch am Arsch Im Arsch, meinst du? Stimmt Ja, ich weiß, es ist wirklich Was ist das für dich? Doch ich weiß, dass du das Outfit mehr liebst Natürlich, ich mache es, Matt Blast Element Gedankenkontrolle Erschaffe einen riesigen Datenstrudel um dich herum Der Gegner verrückt spielen und für dich kämpfen lässt Home Run Alter Ich bin halbtot Ja, ich weiß, das bist du immer nach einem Home Run Aber ich weiß ja, wann der Home Run endet Dann stirbst du auch nicht Weißt du? Also Irgend so ein Ding hängt hier in der Luft übrigens Das ist ein komisches Fluggerät So ein Gestänge Mit Roboter und so Was ist mit der Aufgabe jetzt? Gar nichts Tja, die Aufgabe muss erstmal warten Auf die nächste Folge Ihr wollt mehr? Na dann abonniert mich doch einfach Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand Und wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst doch ein Like da Das wird mich auf jeden Fall unterstützen Oder zeigt das Video einfach euren Freunden weiter Hause Und vielen Dank für's Schauen ARDiKA 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 Untertitelung des ZDF, 2020